Ja, ihr auch Mädels. Aber deswegen habe ich euch ja hier. Überhaupt stimmt irgendwas fürs Baby. Nächste Woche fällig. Au, au, Kim, Kim, du tust mir weh, du brichst mir die Hand an. Wir steigen jetzt in den Wagen. Komm schon, komm schon. Au, du bist so stark. Okay, 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 okay. Deputy, du fährst. Na los. Oh Gott. Au, schnell die Tür. Derweilung. Oh, meine Hand. Okay, halt dich einfach da vorne links. Na los. Ah ja, die richtige Mucke. Mucke? Dir kann nichts passieren. Der Deputy weiß, wie man fährt. Bisher hat mir ein paar Atemtechniken zur Stressvermeidung beigebracht. Au, au, meine Hand. Das ist eine Muschi, dieser Typ, ey. Was ist denn? Was, was ist was? Schweine! Pass auf die Schweine auf! Halt dich längst! Wir meinen schon, die verdammten Schweine! Oh! Schweine! Schweine! Was? Ich kann die Musik auch nicht ausschalten. Ist egal, aber die passt einfach. Ich meine, nein, ich meine ja nur. Oh Gott. Wie weit bist du mit dem? Nein, oh, 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 Bewegung. Ihr Alter hat einen Braten in der Röhre, das ist ekst. Das ist Notfall. Die erste W ist vorbei. Fuck. Nein, nein. Nein. Was? Was ist das? Was ist das? Geschafft. Geschafft. Geht's dir gut? Nein, Nick ist nicht groß. Nichts hiervon ist gut. Warum? Es ist gleich davon. Ich kann eine Abkürzung durch den Wald. Keine Abkürzung. Halte dich erst rechts, dann links. Bleib auf der Hauptstraße. Nimm die Abkürzung. Bleib auf der Straße. Abkürzung. Entscheide. Los. Okay, durch die Bäume da. Pass auf. Bist. Scheiße. Die Tiere hab ich vergessen. Ach. Keine Saugel, dieser Truck wird mit allem fertig. Los. Los. Hier. Fahr ran. Schnell. Was? Das wird ein wildes Mädchen. Wenn die Geburtsfahrt schon so hart wird, wird es bestimmt so eine zweite Jazz. Geil. Sie ist wunderschön. Sieht aus, als müsste ich den Namen meines Geschäfts doch noch ändern, hm? Kein Problem. Wahrscheinlich hörst du es nicht oft genug, aber... Mehr. Mehr als genug. Kein Problem. Alles, was du getan hast. Wenn du irgendwas brauchst, wir sind für dich da. Geht euch mal eure Tochter und seht zu, dass sie... Boah, die hat eben seine Hand hier voll massakriert. Okay, das war lustig. Das war lustig. Das war lustig.